Das ist Tobias Gil, der in meinen Videos gelegenlich auch versehentlich Merkel genannt wird, was hier ein für alle mal korrigiert sein soll. Tobias Gil. Bastian Gil, Bastian Gil. Jetzt haben wir es. Also es gibt einen Tobias Merkel, das ist er nicht, und einen Bastian Gil, das ist dieser junge Mann hier, der jetzt aufschlägt. Anderseite von Yannick Welsch. Aufschlage jetzt bei Richard Blaskowitsch von Jude Johannes Nürnberg. Anderseite von Michael. Michael, wie heißt du mit Nachnamen? Michael. Mit Nachnamen? Woytala. Woytala. Jetzt haben wir auch das geklärt. So, bitte die Bande stehen lassen und weitermachen. Jetzt habe ich den Ball. Und den Satz haben wir auch. Den habt ihr auch alles das live. Die Sensation ist perfekt. Michael Woytala an der Seite von Richard Blaskowitsch. Michael Woytala an der Seite von Richard Blaskowitsch. Peter GHS, esempio Rätsel. Michael Woytala an der Seite von Richard Blaskowitsch. Charles Martin, Hangi. Thomas Robin, Andrew filing für Peter Blaskowitsch. Christina G tal ifalayha mit unseren Satan. Völlig überflüssig hier das Spiel so schnell zu machen und so Risiko zu spielen. Böe Weißer in Hülscholz auf der Stürze, Niklas Schäfer in Feri Schäfer auf der Stürze, Hartmann Keller in Regner Sinsmann auf der Stürze, Schühlein, Karten, Jagen, Stelzmann auf der Stürze und Brunner in Darmann auf der Stürze. Böe Weißer in Hülscholz Böe Weißer von Süßland 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 Vielen Dank.